Hallo, mein Name ist Lamia. Ich bin schon eine ältere Dame und lebe hier im DASH. Ich habe Katharina kennengelernt, als ich ein kleiner Welpen war. Hallo, mein Name ist Katharina Pozzonis und ich möchte dich in DASH und DASH-DONS willkommen. Das ist jetzt ungefähr elf Jahre her. Katharina ist, als ich ein Baby war, meine Patin geworden, da ich als Welpen schon Schwierigkeiten mit meinen Beinen hatte. Ich lebte damals in Athen. Irgendwann adoptierte mich Katharina dann und ich zog zu ihr nach Velika. Als das DASH gegründet wurde, war ich einer der ersten Hunde, die ein Teil vom DASH wurden. Ich bin ein Teil davon und lebe hier ein gutes Hundeleben. Ich liebe es, wenn ich Streicheleinheiten und Leckerlis bekomme. Ab und an haben die Zweibeiner hier Zeit, mit mir spazieren zu gehen oder mich sogar zu kämmen und lange zu knuddeln. Das gefällt mir besonders gut. Auch wenn ich keine weiten Strecken mehr gehen kann, wegen meiner Beine, aber um etwas zu schnuppern und die Natur zu genießen, ach, das ist einfach immer toll. Mittlerweile bin ich elf Jahre und habe Arthritis in den Beinen. Ich brauche medizinische Versorgung, doch es geht mir hier gut. Möchtest du mich sponsern, damit ich weiterhin eine gute Zeit hier im DASH verbringen kann? Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um dir meine Geschichte anzuhören. Nun weißt du auch, dass wir nicht alle ein Zuhause suchen. Einige von uns sind auch sehr glücklich hier im DASH und wollen dauerhaft bleiben. Ich bin eine von ihnen. Ganz liebe Grüße, eure Lamia. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Für Spenden oder Adoptionsanfragen oder generellen Kontakt findet ihr alle weiteren Links unten in der Videobeschreibung. Wir würden uns sehr darüber freuen, euch beim nächsten Video auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.